Der Wildrocks DC70 Mark II ist ein toller Monitor, dachte ich zumindest, weil eigentlich ist er wirklich schön. Ich mag ihn, er kann 4K, naja zumindest wenn es umgewandelt wird, gut darstellen. Er hat wirklich alles mögliche an Features, die man erwarten kann bei einem Profimonitor. Für einen in dem Monitor, den ich persönlich für 80 Euro neu bekommen habe, normalerweise zahlt man eher so 120 Euro, aber es gibt durchaus Schnäppchen, wo sich doppelt lohnt den zu kaufen. Aber trotzdem müssen wir über einiges reden, deswegen runter davon von meiner Panasonic GH5 und in die Hand und wir schauen uns den einfach mal genau an. Der Monitor hat einen 7 Zoll großen Screen und eine Auflösung von 1240x600 Pixeln. Das ist nicht super viel, reicht aber vollkommen um was zu erkennen und natürlich auch um was scharf zu ziehen. Klar, es geht knackschärfer, aber für den Preis kann man wirklich nicht viel erwarten. Von der Farbtreue höher geht das eigentlich auch in Ordnung. Die Blickwinkelstabilität ist jetzt nicht so enorm, reicht aber vollkommen aus. Wie gesagt, wir haben es jetzt hier mit einem Monitor zu tun, der nicht wirklich Geld kostet. Was haben wir eigentlich genau in diesem Monitor dran? Es fällt erstmal auf, dass wir oben, unten und eigentlich an jeder Seite Gewinde haben für Magic Arms, für Mikrofone und so weiter und so fort. Alles, was man irgendwie mit einem Gewinde festmachen kann, kann man hier dran festmachen. Das ist schon mal super. Auf der Rückseite haben wir einen HDMI-Eingang und einen HDMI-Ausgang, was super ist, um das Bild nochmal auf andere Monitore zu spreaden. Richtig geile Sache. Wir haben Anschluss für ein Netzteil, was leider nicht im Packungsinhalt mitgeliefert wird. Dort gibt es nur noch ein bisschen Papier, HDMI-Kabel für Mikro und Mini, HDMI und noch eine kleine Tasche, die sich wirklich nicht gut anfühlt und auch nicht wirklich Schutz bietet. Außerdem haben wir auf der Rückseite zwei Lautsprecher, die nicht wirklich geil klingen, sehr blechern und vor allem das Feature mit sich bringen, dass wenn man den Monitor das erste Mal anschalten und mit einem HDMI verbindet, einem erstmal übelste Interferenzen hinterher knallen, weil die schon auf 50% Volumen eingestellt sind und damit natürlich erstmal das Mikrofon von der Kamera widerspiegeln. Also vielleicht, bevor das mit der Kamera verbindet, erstmal runterregeln. Ansonsten natürlich ein Akkufach für die Standard-Sony-NPF-Akkus. Die sind billig und die hat man als Filmemacher eigentlich da. Wunderbare Sache und mit so einem großen Akku hält das Ding auch enorm lange. Einfach reinschieben und fertig ist. Auf der linken Seite haben wir zu dem Gewinneranschluss noch ein AV-In und einen Headphone-Anschluss und auf der rechten Seite den On-Off-Knopf. Ein USB, ein Mini-USB-Port zum Software-Updaten. Gäbe es da Software-Updates, wäre das praktisch. So ist ein optionales Feature, weil es gibt keine Software-Updates seit Jahren. Mal schauen, was kommt. Eher unwahrscheinlich. Und das Modulrad, um halt eben alle Menüeinstellungen vorzutreffen. Und auf der Vorderseite, super geil, das Sonnenschild. Ist eigentlich sehr, sehr cool, weil es halt auch aus Metall, so wie das komplette Gehäuse gefertigt ist, fühlt sich wertig an. Und bietet dem Ganzen natürlich auch Schutz, weil es nicht über einen Klettverschluss-Plastik-Ding ist, was man hier dran macht. Sondern wirklich auch aus Metall ist und ein bisschen was abfedert. Ist eine tolle Sache, nur beim ersten Aufmachen, was erstmal spektakulär aussieht. Merkt man es schon im Daumenbett, das tut ein bisschen weh. Es ist doch relativ feste gewesen. Gerade am Anfang, jetzt leiert es ein bisschen aus, ist immer noch relativ schwer zu öffnen. Es geht, muss man allerdings beachten, dass das schon wieder ein bisschen schmälert. An sich aber eine coole Sache. Man kann dieses Ding hier auch abmachen. Das gestaltet sich allerdings als noch schwerer als das erste Öffnen. Man muss hier ein bisschen rumhebeln. Das geht schon. Man braucht ein bisschen Zeit und vielleicht auch den einen oder anderen Daumen-Fingernagel, den man dann halt verliert. Ich bin ein bisschen auf Pediküre heute, aber das ist tatsächlich relativ schwergängig. Unten haben wir dann unseren Anschluss für den Blitzschuh. Der sieht erstmal unfassbar billig aus. Ist es wahrscheinlich auch, aber er ist relativ stabil. Man kann ihn halt in allen möglichen Winkeln verstellen. Wunderbare Sache. Und er ist unten auch mit so einem Camcorder-Verschluss noch ausgestattet. Mit so einem zweiten Pinöppel hier. Und so ist er auch verdrehsicher. Also schon mal eine sehr, sehr coole Sache für so einen günstigen Monitor. Schalten wir noch einfach mal ein. Und schauen mal, wie lange das dauert und was da so alles passiert währenddessen. Also ich schalte ihn mal ein. Und jetzt haben wir so einen komischen Ton gehört. Der ist jedes Mal, wenn ich ihn einschalte, ich kann das nicht verhindern. Klingt nicht unbedingt nach Wertigkeit. Ist aber da und ist wohl auch erstmal per se nichts Schlimmes. Ja, dann haben wir hier unser eines Menürad. Es gibt leider nicht mehr davon. Es gibt keine Knöpfe, um spezielle Funktionen auszuwählen. Das ist dann also ein bisschen frickelig im laufenden Betrieb. Was haben wir für Einstellungen? Ihr seht ja jetzt schon alle durch. Ich highlighte mal ein paar. Wichtig sind vor allem natürlich das Peaking. Woran man halt erkennt, was gerade scharf ist und was nicht. Man kann das auch in verschiedenen Farben einstellen. Das heißt, die Ränder, die scharf gestellt sind, die werden dann gehighlighted. Problem dabei ist nur, dass beim Peaking man nicht einschalten kann, dass das Bild nicht schwarz-weiß wird. Klar, im schwarz-weiß-Modus erkennt man nochmal ein bisschen besser, was scharf ist und was nicht. Wenn man allerdings auch ein bisschen auf die Farbe achten will, dann muss man die ganze Zeit das Peaking an- und ausschalten. Dann false color. Das ist super geil, um ein bisschen mit den Belichtungen zu spielen, um zu sehen, was ist unterbelichtet, was ist überbelichtet. Sehr, sehr coole Sache. Und da wartet man eigentlich nicht bei einem Monitor für so einen Pricepoint. Exposer. Dann gibt es hier einen Monochrome-Modus, mit dem ich halt alles schwarz-weiß stellen kann oder in bestimmten Farben anzeigen lassen kann, um noch besser zu sehen, was scharf ist. Ein bisschen auf die Bildkomposition zu achten. Ich kann so Sachen machen, dass ich verschiedene Guidelines habe. Ich kann mein Bild spiegeln, wenn der Monitor mal irgendwie falsch rumhängt. Ich kann mein Bild einfrieren. Ich kann da reinzoomen. Leider sehr mittenbetont. Ich kann also nicht sagen, mach mir mal die rechte Bildhälfte, wo gerade meine Interview-to-Person zum Beispiel sitzt. Scharf. Nee, das geht nicht. Ich kann nur in die Mitte zoomen, um die Schärfe einzustellen. Das ist ein bisschen nervig. Naja, das Menü ist halt wirklich sehr frickelig. Ich muss ja immer im Menü unten auf Return runterscrollen, um dann wieder ins Übermenü zu kommen. Ich brauche Ewigkeiten, um von A nach B zu kommen, um schnell Feature ein- und auszuschalten. Das ist ein bisschen schade. Hier ist viel, viel Potenzial verschenkt worden, was man vielleicht auch durch ein Software-Update nochmal ein bisschen ausmängeln könnte. Ja, es gibt halt keine Software-Updates. Ach ja, und ein Problem habe ich auch noch mit dem Monitor, was man allerdings bei allen Monitoren, die relativ billig sind, auch im bis zu 200, 250, 300 Euro Bereich noch hat, ist das Delay zwischen Kamera und Monitor. Das ist da. Das ist für normales YouTube und auch einfache Filmerarbeiten natürlich gar kein Problem, wenn es ein bisschen Delay hat. Ihr seht es jetzt auch im Bild. Ja, wenn man jetzt irgendwie im Sportmodus unterwegs ist, wird es nerven. So ist es aber okay. Ist aber ein Fakt, den ihr auf jeden Fall wissen müsst. Alles in allem mit den Features, also Peaking, False Color, Guidelines, Anamorphic-Modus, nem Zoom-Modus und so weiter und so fort. Das sind wirklich schöne Sachen, aber irgendwie ist das nur so der halbe Monitor. Es fehlt immer ein bisschen was, wenn man ihn benutzt. Und dementsprechend kann ich ihn leider nicht komplett empfehlen. Wie gesagt, ich möchte diesen Monitor wirklich lieben. Aber es gibt leider so viele Punkte, die mich stören. Wir haben hier dieses bisschen wackelige Batterie-Anflussmöglichkeit. Wir haben das Problem, dass er immer so ein komisches Piepen macht am Anfang, was nicht wirklich trauungserweckend ist. Die Sonnenblende, die eigentlich super schön ist, aber dann halt irgendwie wieder doch nicht, wenn man sie nicht aufbekommt und vor allem nicht abbekommt. Und dann ist da noch das Problem, dass ich keine Akkustanzanzeige habe. Irgendwann im Dreh geht mir der Akku aus. Ich merke es nicht, nur dass der Monitor halt schwarz wird. Es gibt nicht mal so ein Fünf-Punkte-System, dass man sieht, okay, ich habe noch einen Punkt Akku, so langsam sollte ich vielleicht in der nächsten Pause mal den Akku wechseln. Nichts, nada. Das ist wirklich, wirklich schade. Und irgendwie merkt man in der Benutzung immer mal wieder, ich habe hier nur so einen halben Monitor und keinen ganzen. Da fehlt immer irgendwie etwas. Und das ist leider der Satz, mit dem ich hier rausgehen muss, obwohl ich mein Herz gebrochen vor mir liegen habe. Und das ist leider der Satz, mit dem ich hier rausgehen muss.